Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Orakelrunde von RPC Community TV. Euer Moderator bin ich nicht, aka Open Beta und ich moderiere heute das Ganze für euch. Natürlich als erstes wieder die deutsche Nationalrunde und jetzt die schwedische. Und los geht das Spiel nach dem katastrophalen Spiel gegen Mexiko. Bleden will hier ganz klar offensiv zeigen, dass sie Deutschland gewachsen sind. Und jetzt, und jetzt, DRUM! DRUM! TOR! 1-0 hier für Deutschland durch Mats Hummels. Ja, da freut sich auch Yogi, denn endlich könnten drei Punkte erzielt werden. Reden jetzt in guter Position. Reden, ja. Neuer! Knapp! Wer noch! Wer noch! Ah, drüber! Knapp! In wieder Deutschland, Wer noch! Irgendwann, ist allein! Ah, da hätte man mehr draus machen können! Aber noch heiß! Heiß da! Wer noch! Wer noch! Wer noch! Posten! Nein! Wer noch! Und drüber! Wer noch! 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 Wieder knapp! Und damit gehen die Mannschaften in die Pause. Reden jetzt mit dem Mannschaften. Reden. Reden. 1-1 durch die Beine von Manuel Neuer. Ärgerlich! Ärgerlich! Jetzt muss Yogi reagieren. Abstosz Deutschland! Wenn nicht ist deutsch? Ich meine, ich hätte ja gerade den V-Spiel gewonnen, ich bin in Lott-Werner. Jetzt weiß es fällt. Da wird aber schnell umgeschaltet. Preuß. Die Hetzner. Unglaublich, 2-1. Deutschland hat wieder die drei Punkte. Sehr schön gemacht. Praktisch die Antwort auf das 1-1. Ob das jetzt neue Kraft gibt, werden wir sehen. Nein, das Tor kam von Werner. Fehler meinerseits. Anstoß jetzt Schweden. Ready? Vielleicht. Letzter Angriff. Und das war's. Deutschland hat drei Punkte. Ja, so muss das sein. Sehr schön. Und damit verabschiede ich mich jetzt hier. Ihr könnt ja gerne einen Daumen da lassen, kommentieren und noch vieles mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Euer Open Beta. Euer Open Beta. Ja. Ich. Ich.